Über dat Ei oder über die Eier, da wird ja viel gesprochen. Ja, hab nicht direkt jetzt, was du meinst, nee, dat zum Essen mein ich. Dat weiß ein jeder, wer es auch sei. Gesund und stärkend ist dat Ei. Ich wünsche dich frohe Ostern. Darf ich zu Ostern dein Osterhase sein? Du, mit mir lässt sich nämlich gut Eier suchen. Ja, also wenn ich dein Osterhase sein darf, dann lasset mich wissen. Ich hab nämlich schon welche versteckt, die darfst du dann suchen. Das soll nur ne kurze Ostergruß für dich sein. Et sind ja vier Tage. Vier Tage, wo du frei hast. Frei, frei hast, nicht frei hast. Genieße die Tage. Und du, schöne Ostern, von mich zu Tisch. Dat Osterfest, dat ist zwar nicht im Mai, doch immerhin hat man dann paar Tage frei. Mit dem Wunsch, dat du sie kannst genießen. Du, will ich einfach dieses Video schließen. Ich wünsche dich frohe Oster. 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 Untertitelung des ZDF, 2020